Also meine Nachfolge ist gesichert. Ich bin jetzt seit 21 Jahren Friseurin, habe meine Arbeitskarriere noch einmal unterbrochen und zwar für zwei Jahre und neun Monate, wie ich meine zwei Mädels auf der Welt gekriegt habe und sonst war ich immer im Beruf als Friseurin tätig. Meine Chefin hat vor einem Jahr gesagt, sie geht in Pension und nachher habe ich mir etwas überlegen lassen. Nach so vielen Jahren, jetzt werde ich selbstständig. Ich habe nur den Standort für mein Geschäft gewechselt, bin an die Hauptstraße gewandert, da sehen uns auch die Kunden besser am Vorbeifahren, auch die werdenden Kunden und das funktioniert ganz gut. Ich habe meine zwei Arbeitskolleginnen zu meinen zwei Mitarbeiterinnen gemacht, ab Herbst ist die dritte dabei, dann sind wir komplett. Ich bin wahnsinnig gern Friseurin, weil die Kreativität, die was du in unserem Beruf ausüben kannst, was sollten wir, ob das jetzt das Alltägliche ist, wie das Schneiden der Stammkundschaften oder ob es was ganz Besonderes ist, wie die Hochzeitsfrisur, das was was Wichtiges ist, das was er ewig auf die Bühne festgehalten wird, wo es da ein Teil davon ist, also das taugt mir einfach. Ich bin gern Friseurin, ich bin gern Chefin und was jetzt meine Kinder wirklich einmal weitermachen, das steht in den Sternen, aber ich hoffe, sie haben genauso viel Freiheit an ihrem Beruf wie ich. Voten Sie mit! Wählen Sie den Super-Nachfolger, klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-Me Award gewinnt. followme.nachfolgen.at Gewinnchance inklusive. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.